Hallo Leute, es gibt mal wieder ein Blitzrezept. Und zwar mache ich heute diesen sehr bekannten TikTok Wrap. Den habt ihr eventuell auch schon mal gesehen oder vielleicht auch schon probiert. Und zwar mache ich ihn heute im Hotdog Style. Es kommt auf den Tortilla Wrap eine leckere Senfsoße drauf, Würstchen, ein bisschen Ketchup, Gewürzgürkchen und auch Röstzwiebeln. Dann wird der Wrap zu der typischen Dreiecksform eingeschlagen und kommt in einen Panini Grill und wird so lange gegrillt, bis er schön knusprig ist und goldgelb und der Käse schön geschmolzen ist. Ich schneide ihn mal auf und zeige euch, wie das Innere aussieht. Das ist ein super schneller und leckerer Snack. Wenn euch denn mein Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal.